Er schafft das, er schafft das! NOOOOIN! Schleee! Stimmt! Weißt du was auch mit Schleegut machen kann? Schlicht! Schlicht! Ich hasse Unge, Alter! Bzzzzzzzzz! Ja meine Freunde, was geht. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Caster Raj, guten Tag, hallo Simon Ah, hallo Oh, ganz ruhig, ganz ruhig bleiben Simon, ganz ruhig Wir haben in der letzten Folge das Unmögliche Wahrhaftigkeit gemacht Wir haben es geschafft, diese Passage zu überqueren Und jetzt kommt nämlich das Ekelhafteste von allen Und zwar dieses Abgefuckte Lava Jump'n'Run hier Oh nein Ich hab abgespeichert, haha Ich hab's noch geschafft Wenn ich sterbe, werde ich hier wieder spawnen Fuck Okay Leute, das heißt, jetzt geht es wieder los Lava Jump'n'Runs, wie ich sie Ehe und je gehasst habe Oh Mann, das ist doch wieder unmöglich Achso, jetzt geht es schon runter Da waren wir doch schon mal, egal, machen wir es nochmal Aber das habe ich in meiner Aufnahme schon mal geschafft Nein, wieso springe ich denn da, Alter Bin ich dumm Oh Okay, das war ganz gut Wir warten ganz kurz, bis hier vorne das Ding Äh, vorüber ist Mann, ich Ich sag das so Wir warten ganz kurz Bis es, oh jetzt kann ich es wieder verkacken So jetzt warten wir ganz kurz Wirklich bis das Feuer aufgehört hat, Leute Ach, ich hab einen Geheimgang gefunden Weil sonst Ne Simon, jetzt warte mal ganz kurz Bleibt mal ganz kurz ruhig, ja Wir müssen uns jetzt konzentrieren, Leute Weil mit den Flammen ist es nämlich richtig schlimm Ey, wenn ich jetzt, ich werde nicht verbrennen Okay, gut Okay 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 Oh, gesaved, okay Nice Okay, Simon, wo müssen wir jetzt lang? Ja, da runter Wir müssen jetzt den Gang über diese Steine gehen Wo ich letzte Folge die ganze Zeit schon dran hing Und wo du gesagt hast, so einfach Hä? Wo? Ich bin jetzt hier, wo und jetzt? Wir müssen jetzt einfach gleich runter Hä, auf das Ding hier springen? Ja, aber da ist glaube ich ein Geheimgang Da ist glaube ich eine Kiste Da in dem Loch da, siehst du die? Soll ich versuchen? Ja Ist da was drin? Ne Ne, ist nix? Okay War verarsche, GG Okay Okay, Leute, also wie gesagt In der letzten Folge ging es auf jeden Fall heiß her Hashtag Schley am Start Ihr wisst, wie es läuft Okay, ich bin durch Hä, wo musste man denn hin? Ähm Ja, machen wir auf diese Von einem Geleeblock zum anderen Und dann hier weiter auf den nächsten Block Ach, als ob wir jetzt das hier machen müssen Ja, ja, genau Hä, wie dumm ist denn das? Das haben wir doch schon geschafft Ja, haben wir eigentlich schon geschafft Aber weißt du was? Komm Machen wir es nochmal Du hast ja auch in der letzten Folge gesagt Das ist so easy Und dann kannst du jetzt mal beweisen Wie einfach das ist Also ich bin durch Ja, das ist ja nicht das Problem Okay, jetzt kommt dieses Obsidian-Ding, ne? Genau, wo du gesagt hast Das ist so mega einfach Ah, hot damn, Alter Ja, okay, ich sehe es schon Ich sehe es schon, Alter Oh Mach der da ein First Try Das Fiese ist halt, dass du da Dass du schon Übung hattest, Alter Ja, guck mal, Simon Du hast das ja schon mal geübt Ja, First Try, Junge Ja, du hast ja auch schon mal gemacht, Alter Ja, jetzt kannst du mal zeigen Wie einfach das ist Weil du hast mir letztens vorher mal gesagt Oh, hast du einfach mal Ja, das ist deutlich einfacher Als da oben, Alter Das da oben habe ich auch geschafft Mann, wieso bin ich denn zu behindert? Das bist du nicht, Revi Das bist du nicht Wieso spawnt man denn auch da direkt an der Kante, Junge? Das wirst du nicht kriegen Das du wirst... Die Fresse, Junge Fucking Borat, Alter Das du wirst nicht kriegen Das du wirst nicht kriegen Das du wirst nicht kriegen Ja, wenn du weißt, dass du dann kriegst Dann kriegst du einen Preis Halt die Fresse, ich will dich hören Krieg es doch mal mir einen Preis Halt die Fresse, Simon Jo, wirst du es nicht schaffen Meee Du bist schlecht Ich sing das Revi-Schlechtlied, okay? Halt's Maul, Simon, bitte Wie ist so? Simon, halt die Fresse Schlecht, schlecht, schlecht Mann, halt's Maul Die ganze Folge wird er damit verschwenden sich nochmal 100 Tote mehr zu holen, nur über diese scheiß billigen Blöcke zu holen. Halt die Fresse, Mann, du hast eben genau das gleiche gemacht. Über diese billigen Blöcke wirst du springen und du wirst versagen. Mann! Weißt du, es gibt Menschen, die sind dumm und dann gibt es Ravy. Was ist denn das? Ja, das habe ich doch letzte Folge gesagt, das ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Aber jetzt habe ich den Skill, weißt du warum? Ich bin nämlich letzte Folge von 27p auf 1080p geswitcht und da muss ich mich erst dran gewöhnen. Ja, ich auch. Außer, dass meine Fresse der Tür kaputt ist. Ey, das ist eine Scheiße. Simon, bitte halt die Fresse, wirklich, Mann. Ich werde nur bei jedem Tod immer dir einen Prost geben. Prost. Ich habe mir jetzt hier was hingestellt. Leute, ihr seht das, was ich jetzt hier habe. Vielleicht seht ihr das nicht. Oh nein, du hast Ungi. So, ich nehme mir gleich ein Messer und steche das ab, Simon. Alter. Du weißt, dass er Schlee ist, ne? Er schafft es, er schafft es. Nein! Schlee. Weißt du, was auch mit Schlee gut machen kann? Pflicht. Pflicht. Ich hasse Ungi, Alter. Das ist ein Dreckskissen, Junge. Wart ab, Alter. Boah, das staubt, Junge. Das liegt daran, was in deiner staubigen Wohnung liegt. Du hast hier vorher gewohnt, Alter. Ich habe mir niemals sauber gemacht. Schlee. Schlee. Nein! Ich liebe es, wenn du deine Tode vermehrst. Dieser Abstand, den ich gerade zu dir gewinne, ist wieder gut. Weil ich habe schon fast 200 Tore gemusst. Scheiße, jetzt dich. Komm nicht weiter. Passi, Mann, ich ficke dich. Let it Schlee. Let it Schlee. Ach, Hewi. Halt die Fresse, bitte, auch zu reden und existieren. Schlee. Und er springt, springt, springt. Und er springt, springt, springt. Und er fällt, fällt. Ich wusste schon vorher, dass er fällt. Ich habe nämlich hellseherig Kräfte. Halt die Fresse. Und er springt, springt, springt. Und er fällt. Ach, er ist ein richtiger Schlee, Mann. Ich habe es einfach first try geschafft. Oh, nice, Hewi, nice. Okay, jetzt pass auf. Jetzt kommen die unsperren Blöcke. Ich muss aber wieder Game on 1 gehen jetzt. Nee, Game on 0. Ist richtig, ne? Game on 0, ja. Okay, geh du vor. Nee, du hast den vor, Tritt. Ich bin eben vorgegangen bei den Obsidian-Blöcken. Du schaffst das, Hewi, du schaffst das. Oh, Vorsicht, Hewi, Vorsicht. Das ist wieder los. Nein, ich brenne, nein! Oh, fuck. Oh, fuck. Scheiße, jetzt bin ich bei den Obsidian-Blöcken. Scheiße. Ja! Ja! Scheiße, ich habe es aber direkt wieder geschafft. Guck mal, ich bin direkt wieder über die Obsidian-Blöcke drüber. Was zum Fick ist diese? Ja, habe ich auch gedacht. Was zum Fick diese ist? Aber ich bin stolz, dass du es geschafft hast. Du Verlierer. Als ob, Junge! No fucking way! Nee, das hat er nicht gemacht, oder? Man muss da rüber! Ich bin da! Simon, man muss da rüber! Simon? Zeigen wir, wie billig das ist. Alles klar! Weißt du, was billig ist, Simon? Dein Gesicht. Dein Leben. Achso, ich dachte, dein Leben. War nah dran, oder? Du musst dich ja wegkicken lassen. Richtig geile Idee, eigentlich. Ja, aber ultra schwierig, Mann. Ja, wir sollten jetzt aber in den Game Mode 3, in den Game Mode 2 wieder gehen. Das bauen wir aus, wenn die Schleimlöcke gleich ab. In den Adventure Mode. Nee, Game Mode 3 ist das falsche. Game Mode 2. Game Mode 2, ja. Glitch-Kind, Alter. Glitch-Kind, Alter. Glitch-Kind, Alter. Okay. Ich springe nie auf die Goldplatte. Achso! Ja. Auf die Goldplatte musst du auch springen. Man muss irgendwie ganz strange auf die Goldplatte drauf. Junge, das mit dem Wasser ist auch wieder so unnötig, wa? Ja, ja. Hast du gesehen? War schon nice. Oh, ja! Hast du es gesehen? Ja, ich habe es gesehen. Es war wirklich knapp. War schon weit, war schon weit. Ja, ja. Jetzt schaffe ich es. Es ist cool, dass hier auch so Rätselpassagen drin sind. Nicht nur Jump'n'Run. Das ist doch kein Rätsel, Mann. Das ist Jump'n'Run. Nein, das ist ein Rätsel. Wo ist das denn ein Rätsel? Es kommt... Och! 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 Och, Schle! Och, Schle, Simon! Hä? Muss man doch nicht springen? Ähm... Das sage ich nicht. Yeah! Man muss springen, ja, man muss springen. Guck mal, wie ich es geschafft habe, Alter! Oh, nice! Diesmal hast du auch gekocht. Oh, fuck. Aber wie kommt man jetzt hier hoch? Ist hier wieder unsichtbare Block, oder was ist hier los? Das glaube ich ein Rätsel, Simon. Ich gehe mal kurz in den Game-Boot. Null. Und gucke, ob ich hier unsichtbare Block sehe. Ne. Unsichtbare Block sind hier nicht. Okay, jetzt sind wir an einem Rätsel angekommen. Oh nein, jetzt sag nicht. Nein! Was? Wie fies. Man muss von dem Schleimblock, glaube ich, auf die Tür direkt drauf. Halt's Maul. Alter, das ist ja so fies. Halt's Maul, Junge. Das ist ja mega-asi. Man muss ja erstmal überhaupt auf den Schleimblock drauf kommen, Mann. Hä? Ja, ich weiß nicht, wie ich es sonst schaffbar sein soll. Junge, putz munter, Alter. Du bist eine richtige Horror. Ach, man kann auf die Tür drauf springen. Geht das irgendwie? Oh, kannst du mich hochboosten? Kannst du mich versuchen, mich auf die Tür drauf springen? Ja, wahrscheinlich. Damit ich wieder da hinten stehe, oder was? Ich würde das gleich für dich... Warte. Warte. Und. Ja, 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 ja. Schade. Aber es geht, ne? Es geht, es geht. Ja. Aber Junge, das ist aber auch schon wieder eine Scheiße hier, Mann. Das ist richtig. Ein richtiger Bumsraum, Junge. Also, putz munter. Du bist nicht ganz munter. Du bist nicht richtig als Schlemann, Alter. Schle-di-schle. Simon, weißt du, wo meine Oma herkommt? Aus Schlesien. Aus Schlesien. Aus Schlesien, du weißt du denn? Schlesien, Schlesien, Goldstein. Ja, oh, schade. Ich wollte auf die Tür springen, aber es klappt irgendwie nicht. Aus Schleswig. Schleswig. Schleee. Schleee. Leute, die Schleeshirts, sie werden kommen. Dann könnt ihr alle im Winter einen Schleemann bauen. Und wenn ihr uns zeigt, wer den schönsten Schleemann baut, der kann jetzt ein Schleeshirt gewinnen. Wenn es im Winter anfängt zu schneien, dann... Wenn es anfängt zu schleien. Wenn es anfängt zu schleien, dann macht bitte den Schleemann und Hashtag Schleemann. Macht bitte den Schleemann und Hashtag Schleemann. Und dann posten so Instagram, Twitter und dann liken wir das. Oh ja, nice. Aber jetzt bist du nicht weitergesprungen. Schlecht. Ja. Aber ich hoffe, dass du mich gleich einfach rüberboostest, Simon. Ja, mach ich. Okay, ich bin runtergefallen. Aaaaaah. Oh, richtiger Scheiß. Richtiger Schleidiot. Das kann man machen, muss man aber... Richtiger Schleidiot. Alter, das ist richtig fies. Vor allem, was mich immer ankotzt, ist, dass man durchs Wasser wieder laufen muss. Wieso muss man durchs Wasser? Wieso muss man durchs Wasser? Wieso? Weißt du, warum? Stell dir mal vor, der hätte hier wieder Dingens hingemacht. A la Lava. Wäre, glaube ich, besser als Wasser. Nee. Weil du schneller tot bist. Wenn du an deinem Checkpoint stehst. Junge, Junge, Junge. Dass wir diese Map auch wirklich spielen, Alter. Ja, das ist eigentlich grenzend. Ähm, Self-Murk. Self-Murk. Simon. Simon, bitte make keinen Self-Murk. Ich make immer Self-Murk. Please no. Self-Murk ist uncalled. Okay, dann mach ich keinen. Ich werde keinen Self-Murk maken. Ja, ja, ja. Oh, ah. Oh, ah, ja. Huh, baba, eh, baba, eh, oh. Nice, nice. Nein, bin ich behindert? Bist du denn... Bin ich denn dumm, Alter? Oh, geistig umnachtet. Mach den Self-Murk. Ich weiß, was ich mache. Self-Murk, glaub ich, zu mir 200 Tode. Aber hab ich nicht. Hab genau 199. Simon, ich glaube, du kommst aus Schlesien. Nein. Ich komm aus der schlesischen Schlesien-Publik. Aus der schlesischen Schlesien-Publik? Der kommt von euch aus Schleswig-Holstein. Schreibt's in die Kommentare, wenn ihr aus Schleswig-Holstein kommt. Hashtag Schleswig. Ach komm, das ist doch... Ach komm. Es ist eine Bums-Ficke, Simon. Es ist eine Bums-Ficke. Ja? Nein. Ja? Nein. Wie der auch die Dreadstone so in die Luft gesetzt hat. Der ist richtig krass, Mann. Der Dude. Oh, jetzt! Jetzt! Ja! Oh, ich hätte auf die Tür springen müssen. Verdammt. Bist du hoch? Soll ich die bosten? Ja, probier nochmal. Ich boste dich. Aber pass auf, dass du mich nicht an der Seite runterschubst. Ich boste dich hoch, okay? Ja. Nein, nicht an der Seite runterschubst. Jetzt. Ja, ja. Ah, danke. Warte. Ja. Ach, das ist das Rätsel dahinter, okay. Ist das schon ein Checkpoint? Ich guck mal, ich guck mal. Teamwork benötigt. Rewe, hier ist Teamwork benötigt. Im nächsten Raum. Ja, Simon, du musst mir aber da auch helfen jetzt irgendwie, ne? Ja. Ja, das Ding ist halt, wie soll ich das jetzt alleine schaffen? Hm. Ja, Simon. Also ich sag mal so, wenn ich ein Checkpoint finde, wir haben ja so, wenn wir den Checkpoint finden, kann man ja einer zu sich holen. Ich guck mal, ob ich den Checkpoint finde. Ja. Ne, hier ist leider kein Checkpoint. Echt nicht? Nur anschauen, wenn ihr wirklich nicht weiterkommt. Ach so, okay. Da ist eine Tür und da darf man nur reinschauen, wenn man nicht weiterkommt. Aber guck nicht rein. Aber das ist ja so. Ne, ich guck da nicht rein. Ah, Mann, Alter. Dieses Kack-Katapult. Junge, mit Schleimblöcken. Ey, ganz ehrlich, tut mir einen Gefallen. Baut keinen Jump-Rammer mit Schleimblöcken. Du schaffst das, du schaffst das. Was machst du denn da hinten schon wieder alleine, Simon? Ich hab nur geguckt. Ja, komm, du bist schon wieder drei Etagen weiter als ich. Nein, nein, ich beobachte dich. Komm, Schleswig. Hey, kriegst du auch mal einen Schaden, wenn du in der Luft bist? Kriegst du auch mal einen Schadens-Ding, so einen Schadensputsch? Ja, wenn du es schaffst, auf den Block zu kommen, wo die Tür ist, kannst du zu mir kommen. Okay. Ja, weil alleine da hochzukommen ist natürlich unmöglich, ne? Ja, ja. Das haben wir gesehen, Leute. Naja, es ist nicht unmöglich, aber für Revi. Und für mich. Hä, für jeden normalen Spieler, der nicht unbedingt Horuntha heißt. Du musst nur unterarschen. Horuntha. Horuntha, ey. Ich war doch eben schon da, Simon. Na, musst du nur hinkommen. Jürgen, du tust wieder so, als wärst du der Überpro. Ich hab dir da hochgeholfen. Du musst nur da raufkommen. Du tust jetzt wieder so, als hättest du das alles alleine geschafft, als wärst du dir der souveräne Jump'n'Run-Ficker. Fliegst hier rum, machst nicht über mich Lust, jemand. Du bist ein richtiges Stück Kacke, bist du, Alter. Du hast es nur geschafft, weil ich dich da hochgeboostet hab. Deswegen, das ist ja Teamwork, und deswegen helf ich dir auch. Das ist ja Teamwork, du fliegst hier rum und nervst mich. Nein, ich nerv's doch gar nicht. Ich hab ne Idee, Simon. Wir müssen einfach, ich weiß, wie's geht. Das wär nerven. Was denn? Wie geht's denn? Wir müssen einen Leiter abbauen. Nein. Komm, jetzt schaffst du's. Komm, komm. Komm, konzentrier dich doch mal. Es geht nicht. Konzentrier dich. Boah, man, Alter. Immer scheiß Meinschaft. Lass uns doch lieber Gary's Mod spielen. Ja, 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 ja. Und jetzt auf die Tür nur. Und jetzt pass auf, ich helf dir hoch. Ich helf dir hoch. Und springen. Vorsicht. Und in der Mitte bleiben. Und springen. Ne, und nochmal. Nein. Nein. Oh, Vorsicht. In der Mitte bleiben. Und. In der Mitte bleiben. Wie viel Leben hast du noch? Noch genug. Okay, und. Ja. Und jetzt versuchst du es zu schaffen. Jetzt haben wir die gleiche Voraussetzung gehabt. Komm schon, Revi. Du musst das hochklappen, du musst das. Ne, ist alles richtig. Ja. Gut. Oh, okay. Schleswig-Holstein. Sehr gut, Schleyboy. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir den Rest bei Simon in der Folge. Wir sehen uns gleich nach einem. Was? Wie schnell geht denn die Folge vorbei? Hey, wir haben so 20 Minuten rum, Simon. Krass. Wenn man Spaß hat, geht die Zeit so schnell vorbei. Ja, ja, ja. Ja, ja, Schley. Aber wenigstens haben wir den Raum geschafft, Revi. Leute, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge, meine lieben Ungers, wieder. Und, ähm, ja, was soll ich sagen? Haut rein, lasst einen Daumen hoch da. Wir sehen uns. Macht euch das gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.